Es gab eine Zeit, als Athen und Sparta, eigentlich bittere Feinde, Seite an Seite kämpften, um Griechenland vor den tyrannischen Persern zu schützen. Argeos behauptete rechtmäßig König von Makedonien zu sein und warnte seine Männer gegen das Königreich, das er angeblich leitete. Mit der Unterwerfung der großen hellenischen Mächte von Athen, Sparta und Theben hatte Philips Feldzug seinen Höhepunkt erreicht. Als Philips Armee im oberen Makedonien eintraf, erkannte Bardylis seine aussichtslose Lage. Die Spannung stieg, als Philips Armee an die vorderste Front marschierte. Nachdem Athens Flotte vernichtet und die Schatzkammer leergeräumt war, konnte sich Athen keine neue Flotte leisten. Es gab auch keine Verbündeten, die helfen konnten. Nachdem der Frieden von Nikias erklärt worden war, zeigten die Athener wiederum ihre unstillbare Gier nach Expansion. Nachdem die Phoker in Not und Armut getrieben und Olind zerstört worden war, nach großen Verausgabungen, Menschenleben, Leid und Geld, wurden Sparta und Athen kriegsmüde. Die Perser wurden schließlich aus Griechenland vertrieben, Sparta und seine Verbündeten, der Peloponesische Bund, doch Argeos unterschätzte Philips militärisches Können. Philipp brachte seinen Einfluss zum Tragen, um eine Versammlung in der Stadt Korinth einzuberufen. In einer Verzweiflungstat bat Bardylis um Frieden. Seine Truppen lächzten danach, Bardylis zu schlagen und den Tod von König Perdikas zu rächen. Als Sparta mit der Zerstörung der Stadt drohte, war Athen schließlich zur Aufgabe gezwungen. Jetzt konzentrierten sie sich nicht mehr auf Sparta, sondern führten eine neue Expedition nach Sizilien. Sandte Philipp einen Botschafter nach Athen mit dem Auftrag, den Heiligen Krieg zu beenden. Keine der Seiten hatte ihre Ziele erreicht und sie beklagten die Fruchtlosigkeit ihrer Anstrengungen. Zogen sich von den Kämpfen zurück und reisten in ihre Heimat. Der Prätendent starb so, wie er auch gelebt hatte. Vertreter aus allen Teilen Griechenlands füllten das weite Amphitheater. Die Spartaner untergruben jeden Aspekt des Athenerreiches. Der Feldzug war eine verheerende Niederlage. Die Athener stimmten widerwillig zu. Beide Nationen versuchten, den Frieden wiederherzustellen. Philipps Vorschlag war prägnant. Die Griechen mussten sich zum Krieg gegen die Perser zusammenschließen. Sie rissen die Stadtmauern Athens ein, übernahmen die Kontrolle über die Untertanen und ersetzten die Demokratie mit einer rücksichtslosen Oligarchie, die schon bald den Beinamen die Herrschaft der Dreißig trug. Aber die Generäle Kleon und Brasidas behinderten weiterhin alle Friedensangebote, die von beiden Regierungen gemacht wurden. Athen entschied sich zum Bleiben und bildete einen eigenen Bund, um den Befreiungs- und Rachefeldzug gegen die Perser weiterzuführen. Das Königreich erholte sich, war aber noch immer in Gefahr. Es gab viele Unstimmigkeiten, aber schließlich wurde eine Vereinbarung getroffen. Aber ihm wurde nicht verziehen. Sie marschierten in die Schlacht, wissend, dass sie vielleicht sterben würden. Das Königreich von Makedonien war ein schwaches Stammeskönigreich, als die Illyra vom Westen her ins obere Makedonien eindrangen. Erstaunlicherweise konnten die Spartaner ihre Hegemonie nicht lange aufrechterhalten. Obwohl Sparta den Krieg angezettelt hatte, um Freiheit für die Griechen zu erlangen, büßte Athen den Großteil seiner Flotte ein und war so schwach wie nie zuvor. Der Philosoph Isokrates war beeindruckt von Philips Fähigkeit, den Krieg zu beenden, der schon seit einem Jahrzehnt die Griechen heimgesucht und gespalten hatte und sandte einen Vorschlag. Nach vielen hohen Verlusten verzweifelte Sparta. Das war der Auslöser für eine großartige kulturelle Renaissance, da Athen anfing, ein weitläufiges Reich aufzubauen. Die erste Hegemonie von Griechenland wurde gegründet und Philipp zum Machthaber erkoren. Mit der Niederlage von Bardylis und der Vertreibung seiner Armee aus dem oberen Makedonien war der Tod von König Perdikas gerecht. Für Philipp war das nur der erste Schritt auf einem noch unmarkierten Weg zur Verwirklichung seiner glorreichen Pläne. König Perdikas III. mobilisierte die gesamte makedonische Armee und marschierte ihnen entgegen, um sie aufzuhalten. Innerhalb eines Jahres konnten die Athener Rebellen die Demokratie wiederherstellen. Die Zeit für spartanische Hegemonie war reif. Sein oberster General Brasidas führte eine Armee, um die Stadt Amphipolis einzunehmen, was viele Rebellionen in Nachbarstädten auslöste. Doch Athens Erfolg ließ die alten Feindseligkeiten der eifersüchtigen Peloponnesia wieder aufflackern. Unverzüglich wurden Schlachtpläne entworfen. Das Königreich von Makedonien wurde von den sich bekämpfenden Fraktionen Griechenlands bedrängt. Innerhalb von zehn Jahren hatten die Athener ihre Flotte, ihre Stadtmauern und ihre Unabhängigkeit wiederhergestellt und eine Koalition gegründet, um Spartas Macht einzuschränken. Das Blatt wendete sich schließlich, als Athen Lakedämonia angriff und den Frieden von Nikias schändlicherweise brach. Kleon reagierte auf die gleiche Weise und führte eine athenische Armee, um die Stadt zurückzuerobern. Perikles, der Anführer der Athener, bändigte die Peloponnesia noch einmal mit einem neuen Abkommen, das 30 Jahre Frieden schwor. Und so war der Weg in die Zukunft voller Gefahren und das Schicksal Philips stand noch in den Sternen. Vom Vertrag entbunden, bereiteten sich die Spartaner auf den Angriff vor. Doch in der darauf folgenden Schlacht fielen beide Generäle. Aber die Spartaner waren in ihrem Herzen Krieger, und Krieger leben nur für den Krieg. Nach nur 14 Jahren griffen die Peloponnesier wieder zu den Waffen. Mit der Ermordung König Perdikas nicht zufrieden, baute Bardylis eine riesige Armee für seine Rückkehr nach Makedonien auf. Bei der Rückkehr wurde Philipp zum Helden und König der Makedonen gekrönt. Die Armee kämpfte tapfer, konnte aber den schlachterprobten Hopliten des illyrischen Königs Bardylis nicht entgegenstehen. Sparta hingegen musste das Reich und den Tribut, den es einbrachte, wieder aufgeben. Durch die großen Stadtmauern war Athen durch Belagerungen fast uneinnehmbar. Also konnte Sparta nur darauf zurückgreifen, die Stadt ihrer Mittel zu berauben. Im Brief stellte er dar, dass während sich die Griechen gegenseitig bekämpften, mit dem Tod der Kriegstreiber Kleon und Brasidas war Frieden endlich in Reichweite. Philipp musste sich Bardylis stellen und ihn in Zugzwang bringen. Mit Philipps neuerrungenem Ansehen waren die Grundlagen für seine Hochzeit mit Olympias von Molossis und der Geburt seines Erben, Alexander dem Großen, gelegt. Aber es war schon genug Geld nach Sparta geflossen, um die Disziplin zu korrumpieren, was zu Verschwörungen führte, die seine Verfassung und sogar seine Existenz bedrohten. Daher fand der Krieg nicht in Griechenland statt, sondern an der Ionischen Küste. Von dort erhielt Athen den größten Tribut. Sie die Ungerechtigkeiten ihres gemeinsamen Feindes ignoriert hatten, die der Perser. Perikles war sich bewusst, dass die Stärke Athens zur See lag und befahl allen ländlichen Athenern, hinter den Stadtmauern Schutz zu suchen. Ansonsten wäre das Königreich verloren. Nach 30 Jahren hatten die Athener ihr ehemaliges Reich wieder aufgebaut und die Spartaner wurden in einer großen Landschlacht von den Thebanern geschlagen. Einige Untertanen Athens versuchten bereits zu rebellieren und schickten Abgesandte nach Sparta, um Hilfe zu erbitten. Obwohl ihre Landwirtschaft an die Spartaner verloren war, waren die Athener vorerst hinter den Mauern ihrer Stadt sicher. Damit war Spartas legendäres Vermächtnis für immer zerstört. Aber Athen hatte nicht die nötigen Mittel, diesen Krieg defensiv zu führen. Perikles wurde zum Angriff gezwungen, sonst würde das Reich untergehen. Es war die Zeit des großen makedonischen Festes, eine Feier des bevorstehenden Krieges gegen die Perser. Makedonien war gesichert und Philipp konzentrierte sich auf die kriegerischen Fraktionen, die das Königreich umgaben. Im Schlachtgetümmel fiel Perikles einer feindlichen Lanze zum Opfer und seine Armee wurde um ihn herum abgeschlachtet. Sie befanden die Insel Chios als idealen Ort, an dem Sparta Fuß fassen konnte. Aber die Griechen konnten nur dann einen Krieg mit den Persern überleben, wenn sie sich vereinten. Der athenische General Nikias machte sich sofort daran, einen Friedensvertrag auszuarbeiten, der an das goldene Zeitalter von Perikles erinnern würde. Die Bevölkerung Griechenlands kam in Ägäer zu den Festlichkeiten zusammen. Im Süden waren die Phoker im heiligen Tempel von Delphi einmarschiert und die Schlachtlinien wurden schon gezogen. Von hier aus konnte Sparta eine mächtige Flotte errichten, die Athener bei der Rebellion unterstützen und das Innere des Reiches von Athen vernichten. Er meinte, dass nur Philipp die Stärke und den Einfallsreichtum besaß, um die Kontrolle über Griechenlands größte Mächte zu übernehmen. Leider war dieser Vertrag noch unbeständiger als der, der vor dem Krieg bestanden hatte. Die Nation zu vereinen und ihr Anführer zu werden, der Hegemon von Griechenland. Ein heiliger Krieg war unvermeidlich. Als Philipp, der jüngere Bruder des Königs, von der Niederlage erfuhr, kehrte er von Kämpfen im Osten zurück. Die Feierlichkeiten begannen mit einer großen Prozession, die durch ein volles Theater führte. Unter den Freudenrufen schien es, als könne Philipp nichts falsch machen. Aber die Tragödie schlägt zu, wenn man sie am wenigsten erwartet. Der Erbprinz Amynthas IV. war noch ein Kleinkind. Die Makedonier versammelten sich, um an seiner Stelle einen anderen König zu wählen. Nach der Prozession betrat Philipp die Bühne, um zur jubelnden Menge zu sprechen. Philipps Halbbruder Archelaus erhob einen Thronanspruch, aber Philipp schlug eine Alternative vor, um den Erben zu ersetzen. Als er auf das Orchester zutrat, verteilte sich seine Leibgarde hinter ihm. Nach einer heftigen Debatte überzeugte Philipp die Versammlung, ihn stellvertretend für den Kindkönig als Regenten zu wählen. Doch urplötzlich sprang einer von ihnen nach vorn. Archelaus wurde als Verräter hingerichtet. Im Königreich von Makedonien gab es wieder eine Herrschaft und neue Hoffnung. Und stieß sein Messer brutal in die erhabene Gestalt des Königs. Philipp musste aber die Kontrolle über die Städte Makedoniens wiedererlangen und die feindlichen Armeen aus Makedonien vertreiben. Der Leibwächter Pausanias war zuvor von einem der wichtigsten Generäle Philipps misshandelt worden. Sonst würde das Königreich nicht überleben. Als Philipp dies von Pausanias erfuhr, war er von der Untat schockiert. Als Ausgleich beförderte er Pausanias in seine Leibgarde, bestrafte den General aber nicht für seine Taten. Am Tage des Festes, als die Leibwachen in ihrer Wachsamkeit nachließen, ergriff Pausanias die Gelegenheit, Rache zu üben. Der König war tot. Pausanias ergriff sofort die Flucht, brach aber zusammen, noch ehe er sein Pferd erreichen konnte. Die anderen Leibwächter machten mit ihm kurzen Prozess. Alexander erbte den Titel des neuen Hegemons von Griechenland. Er hatte nun die Aufgabe, die großen Pläne seines Vaters zu verwirklichen und die Perser endlich zu besiegen, ein für allemal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.